Was geht Leute, wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge. Let's play Borderlands 2. Wir sind hier gerade bei einer verdammt gelungenen Rettung. Wir retten jetzt vorne und wir sind hier bei den Bloodshots oder so. Weil da gleich wahrscheinlich ein Bossfight kommen wird, so wie es aussieht. Ich bin schon mal gespannt. Ja gut, aber auch noch Schädel in so einem Schießgefacht. Oh. Hast du es nicht geschafft, hast du es nicht geschafft, du bist gestorben, du bist gestorben, du bist gestorben. Sieh dir diese mörderischen Bloodshots an. Findest du nicht, dass Pandora ohne diesen Abschaum besser dran wäre? Das ist nicht. Das heißt, das Überleben, du dich nicht helfen muss. Und dann schauen wir uns, wenn wir die Bloodshots kommen, weil das Problem in Sons von der Verhandlung. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der Widerstand braucht die Infos, die Roland über die Kammer gesammelt hat. Wir wissen, dass Hyperion sie öffnen will, aber nicht warum. Wenn die Roland rechte ist, haben wir vielleicht eine Chance, Jack aufzuhandeln. Was ein Drecksspiel, also alles Rücken, so die Schaden ohne Ende, finde ich, was reißen kann. Traurig. Nicht ein Schmutz, hier, wo ist der? Ah ja. Schmutz, guckt es euch an. Ich muss mir eigentlich schön Buss aufheben, aber... Wie denk ich schon, ey? Ich halte Backe auf. Ich glaube, da sollten wir nicht fahren. Ich glaube, da sollten wir nicht fahren. Haben wir einen neuen Battlestar? Ja, haben wir. Sehr schön. Eeeh... Ich habe einen Schmutz, den ich habe. Ich habe einen Schmutz. Ich habe einen Schmutz. Was ist das? Wartschutz, Roland's Raiders reißen uns in Stöcke. Ihre Waffen sind verdammt noch mal zu gut. Aber ich habe die Lösung für dieses Problem. Reißt euch zusammen und hört auf, schlagen zu sterben. Und hört auf, um zu schlagen, dass wir Waffen von diesem Pedermarkers kaufen. Er nimmt die Sanctuary, also in den Ausrück. Da hätten wir ein selbstgefälliges Arschloch wie Roland und seine Raiders. Nein, da war sie nicht mehr. Komm nicht über die Kante. Ah, sie wird dann wieder nachladen. Alter, ey. Oh, hier mal voll, was? Oh, hier mal voll. Alter, was kommt denn noch an? Was? 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 Ja. Darf ich jetzt mal irgendwo hier noch ein bisschen Munition holen? Oh, da. Wie ist das? Was? Was ist ein Krampf hier? Was? 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 Was ich? Scheiße, ich weiß auch nicht Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Ah! Ah! Oh! Oh, das ist los! Ah! 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 Ah 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 Die Leute sind da gut! Oh mein Gott! ein bisschen geld es ist aufgefallen dass keine waffen von mir kauft vielleicht habt ihr ja angst dass meine waren nicht tödlich genug für euch sind in diesem sinne bitte akzeptiert diese gratis kiste mit waffen von markus munitions wenn euch die waren gefallen können wir vielleicht einen deal aushandeln benutzt die wir sind voll ach ich kann nicht Ich brauche Supporten-Händen, oder? Oh Mann, ey. So, da's rolling. Let's shoot for the world. So, I don't know. Oh Mann. Ich gehe jetzt immer noch zum Händler, aber die sind gerade voll. Das ist krass. 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 Das 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 krass. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? So, erstmal den hier. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Äh, 48x2 sind... Feuerstoß, ja ne, dann ist die weg, ich will Vollauto. Gebe auf die E-Wacht. War mir wieder ein Vergnügen. Keine Gewährleistung. Gut, ein bisschen länger heute. Auf die Folge, weil wegen, äh... ...Stach und so. ... ... ... Ach, wirklich? ... 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 wir damit tue nichts folge wenn ich nichts auf einmal zu starten und ich darf und kein plan kammerjäger freut mich dich endlich kennenzulernen klasse wie du dich durch die bloodshots gekämpft hast dauert nur eine sekunde ah ja ok das war es jetzt sehen wir zu dass wir herauskommen kammerjäger du musst dieses ding stoppen ja Lass mich losverdammt! So bezahlt Handsome Jack Lösegeld. Lange nicht gesehen, Roland. Äh... Hm... Lass mich losverdammt! Okay, wir machen Überlänge. Hilft alles gut. Moment... Oh, das ist ein Schöner. Ja, sollen sie mal machen. Hehehe. Ich geh jetzt einfach schnell weiter. Sollen sie mal machen. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Lasst ein Like, teilt das Video. Schaut in die Videobeschreibung. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Vor allem auf Instagram. Und macht's nicht gut. Macht's besser. Ciao. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.